Servus, ich heiße Patrick Günder. Ich bin Auszubildender als Fliesenplatten- und Museekleger. Ja, mein Beruf ist einfach geil, weil wenn ich in eine Baustelle komme, wo man frisch anfängt und dann die alte Wände erstmal wegreißt, dann die hinrichtet mit Wedi-Platten oder sowas und mit Putz und dann halt die Platten, die neue drauf erlegt und dann einfach ein Endergebnis sieht und das bleibt dann auch so, da schafft keiner mehr drüber und das ausfugt und saubmacht und am Ende von der Woche oder nach einer halben Woche einfach das Endergebnis sieht, wie es Woche ausgesehen hat und wie man es jetzt schön gemacht hat oder besser gemacht hat. Das ist einfach ein gutes Gefühl, dann geht man mit einem guten Gefühl nach Hause. Er ist übel geil auf der Baustelle. Wenn man halt so Gaudi hat und wenn man sich dann halt so seine Sache verzählt vom Wochenende oder wie auch immer und dann macht es scharf auch richtig Spaß und dann geht auch die Zeit rum. Mein Traum ist auf jeden Fall auch ein eigenes Haus zu bauen und als Fliesenleger kann man ja viel selber machen. Man kann verputzen, man kann mauern, man kann Fliesen legen, man kann Esstrich machen und dadurch kann man eigentlich echt viel Geld dabei sparen und ich habe einfach jetzt schon mega Lust drauf ein eigenes Haus zu bauen. Ich heiße Patrick Güntner, ich bin Auszubildender als Fliesenplatten- und Musikleger.